Teil 34 Im Stadion, Dienstag, 20 Uhr Chrissy saß im Taxi, wieder schossen zig Fragen durch ihren Kopf. Warum war Madison plötzlich hinter Reading her? Das machte keinen Sinn. Bestand eine Verbindung zwischen Dunsmith und Reading? Und wo war Red? Die Sache war ziemlich verworren, sie checkte gar nichts mehr. Sie sah das Stadion von Weitem. Es war weiß und hatte offensichtlich schon ein paar Jahre hinter sich. Welche Veranstaltungen hier wohl stattfanden? Bestimmt etwas typisch Britisches. Cricket oder vielleicht Polo. Was wollte Reading hier? Chrissy bezahlte und hechtete aus dem Taxi. Ein rundlicher Mann, der ein graues T-Shirt mit dem leuchtend-roten Aufdruck »Can you help a stow dog« trug, kam ihr winkend entgegen. Ein schlanker Windhund flankierte ihn. »Die Probedemo fängt erst in einer halben Stunde an«, rief er ihr mit einem komplizenhaften Lächeln zu. »Alles klar, danke«, antwortete Chrissy und schaute ihm verwundert nach. Er ging zielstrebig auf die Menschenansammlung zu. Es war ein bunt gemischter Haufen. Drei trugen weiße T-Shirts und Plakate, auf denen »Save Our Stow« zu lesen war. Chrissy riss sich von dem Anblick los und eilte auf den Eingang zu. Die Leuchtreklame war eingeschaltet. Es waren verschiedenfarbige Neonröhren. Es sah gut aus. Der dahin rasende Windhund zeigte, um was es im Stadion ging. Greyhound-Rennen. War das überhaupt ein Sport? Sie kannte bisher nur Greyhound-Busse. Überlandbusse, mit denen man in den USA für relativ wenig Geld von Großstadt zu Großstadt reisen konnte. Greyhound-Rennen, davon hatte sie noch nie etwas gehört. Madison war nirgends zu sehen. Chrissy simste, »Bin am Eingang.« »Nimm das teure Ticket für sechs Pfund. Ich hol dich gleich ab«, kam es prompt zurück. Chrissy bezahlte, betrat das Stadion und wartete. Ihre Tarnung war gut, oder? Prüfend schaute sie an sich herunter. Sie trug ein viel zu großes schwarzes Kapuzen-Shirt und eine aberwitzig weite Hose. Absolut nicht ihr Stil. Ihre verräterischen Haare hatte sie zusammengebunden und unter eine Baseballmütze gesteckt. Das passte schon. »Hi, Grufti!« »Hab Reading noch nicht gefunden. Die Anlage ist riesig. Auf den billigen Rängen ist er nicht. Den Stowaway-Grill für das normale Volk habe ich gerade durchsucht. Dort ist er auch nicht. Es gibt noch ein paar Restaurants für gut Betuchte. Die Esket-Suite oder der Paddock-Grill. Komm schon!« Madison packte Chrissy an der Hand und zog sie mit. »Warum sind wir hinter Reading her?« »Er steckt in der Sache mit drin. Meiner Meinung nach hat er es faustdick hinter den Ohren. Und wahrscheinlich hat er Red.« »Echt?« »Und wozu?« »Was will er von Red?« »Hab ich auch schon drüber nachgedacht. Er weiß bestimmt nichts über die Scrom-Exk. Reading ist hinter dem Metall her.« »Hoffentlich hast du recht.« »Und das Stadion?« »Was geht hier eigentlich ab?« »Veranstalten die konkrete Hunderennen.« »Live!« »Klar, aber hier laufen keine Dackel oder Pudel um die Wette, sondern Windhunde.« »Ist bei euch auf dem Festland kein Breitensport, was?« »Nie was davon gehört.« Die Esket-Suite war geschlossen. Madison navigierte sie zum Paddock-Grill. Das Restaurant war groß. Riesige Panoramascheiben garantierten den absoluten Durchblick und boten eine gigantische Aussicht auf die Rennbahn. An den meisten Tischen saßen gut gekleidete Männer, Banker, Geschäftsleute. Die gehobene Mittelschicht traf sich im Paddock-Grill. Die Herren mussten sich nicht zu den belagerten Theken hinaus bemühen, an denen die Buchmacher hektisch die Wetten entgegennahmen. Nein, sie schnippten mit den Fingern und schon näherte sich ein Buchmacher und nahm die Geldscheine diensteifrig in Empfang. Reading saß an einem Tisch direkt am Fenster. Er wandte ihnen den Rücken zu, doch sein Gesicht spiegelte sich im Glas. Unruhig huschte sein Blick hin und her. Der Aktenkoffer stand auf dem Stuhl neben ihm. Madison zupfte Chrissy am Sweater und deutete Waage in Richtung der hinteren Tische. Sie setzten sich hin. Sofort eilte eine Bedienung herbei und beäugte sie abschätzend. »Guten Abend, zweimal Tonic Water bitte«, bestellte Madison und fragte in perfekt akzentuiertem Upper Class Englisch, »Wird das Licht während den Hunderennen gedimmt?« Dabei blickte sie die Bedienung mit undurchdringlicher Miene an. Ihre Arroganz wirkte angeboren. »Während der Rennen ist es im Lokal dunkler«, antwortete die Frau. Sie hatte eigentlich die Eintrittskarten der Mädchen kontrollieren wollen. Die Kleine in den schwarzen Klamotten sah einfach nur daneben aus. Zudem verschwendeten Teenies normalerweise keine Sechspfund, um im Paddock zu sitzen. Sie vergnügten sich mit ihresgleichen auf den billigeren Rängen, die nur einen Pfund kosteten. Aber Madison war ganz offensichtlich eine Tochter aus besserem Haus. »Soll ich die Speisekarte bringen?«, fragte sie stattdessen. »Ja, gern«, antwortete Madison. »Können wir während des Rennens ans Fenster vor?« »Kein Problem«, die Frau ging träge zurück zum Tresen. Madison winkte einen der Buchmacher heran. »Ihr seid zu jung zum Wetten.« »Schade, wie lange dauert ein Rennen im Schnitt?«, fragte sie mit einem charmanten Lächeln. »Ein paar Sekunden. Hey, ihr verpasst ja das Beste. Schaut zum Fenster raus, die Trainer führen die Hunde vor«, antwortete der Mann, »nickte freundlich und wandte sich zahlungskräftigeren Kunden zu.« Chrissy und Madison spähten hinaus. Die Hunde trotteten an der Leine hinter ihren Betreuern her. Um den drahtigen Leib trugen sie ein Banner mit einer Startnummer und ihrem Namen. »Flying Wonder. Offroad. Lady on the Run. Mad Mark.« Die Bedienung brachte die Speisekarte. »Tagesmenü ist Lachs auf Nudeln in Zitronensoße. Hier ist der Zeitplan für die heutigen Rennen.« Sie legte einen DIN-A4-Bogen auf den Tisch. Madison und Chrissy schauten sich die Übersicht an. »Vierzehn Rennen. Mann, ganz schön viel«, stöhnte Chrissy. »Das ist doch die Lösung unseres Problems.« Das war Teil 34 von Scromax Landen. Die Suche. Alle Hörbuchteile zum freien Download auf scromax.de »Vierzehn Rennen.«